hallo erst mal und willkommen zurück auf meinem hallo auf meinem kanal heute werden wir mal eine runde auf goma hd eine runde warte kurz eine runde zombies spielen ich habe es noch nie gespielt und manche werden sich vielleicht in wo echt wirklich das geht doch gar nicht aber doch ich habe es noch nicht gespielt und ja ich habe kein plan was man jetzt machen muss deswegen werde ich mal gucken also ich gehe erst mal zum schanken ran und ja das ist verständlich so da muss ich hin ich habe es geschafft ich bin nämlich so schlecht und jump and runs oh gott bin ich schlecht was ich noch sagen wollte zum thema aufnahmen und so ich weiß nicht noch nicht genau was ich für ein aufnahmeprogramm brauche damit ich auch den bildschirm den ton vom computer aufnehmen kann weil ich gerade noch hier auf dem apple 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 ist krass manche sagen etwas scheiß aber es ist krass weil manche meinen ich meine oder ja ich nehme quicktime player auf und da alles klar und da wird der ton vom computer nicht aufgenommen deswegen ja probiere ich das mal irgendwie anders zu machen also wie gesagt ich habe keinen plan was man hier machen muss deswegen habe ich einfach hier alles kaputt ja nein infiziert geweck 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 also ich dachte also ich werde natürlich nur junge ich habe ich habe keine ahnung von diesem spiel aber ich weiß auf jeden fall dass ich die zombies kill muss und mehr weiß ich auch nicht aber ich glaube das reicht auch sag mal warum wird eigentlich immer der ton vom ender dragon hier reingepackt kann ja auch noch mal der zombie town zu nehmen nein geh runter geh runter nein nein ich bin gleich nein geh weg du scheiß oh nein 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 ja ich hab wow das hätte schief gehen können ja nicht kann was killen wo sind sie wo sind sie was warum werde ich geschlagen ist ja auch irgendwie vollkommen egal oh da liegt ein kopf great so wo sind sie wo sind sie wo sind sie ja gut ja gut okay dann gehe ich jetzt mal in die richtung irgendwo war schon einer sein stopp stopp schade eigentlich ok ich habe drei zombies getötet business class natürlich wusste ich schon wie ein creeper kopf aussieht aber ich würde sagen wir machen gleich noch eine runde war jetzt nicht so lange ich weiß gar nicht ich werde jetzt das alles mal gleich beschleunigen dann werdet ihr alles etwas schneller sehen genauso wie das jump and run und alles andere ich dachte florenz aber irgendjemand muss doch als zombie anfangen oder oder sehe ich das falsch weil wie soll man denn dann als ein zombie sein wenn man vorher von wenn vorher alles menschen sind naja ist auch egal ist auch egal ist auch egal hä alles klar warum warum ist so gemein okay das weiß einfach mal ich werde entgeht nein 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 ich mache das ich mache das nein 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 auch man so schlecht im pvp kack pvp warum spiele ich das überhaupt kill 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 lebensmüde ja danke aber das bin ich nur ich auch mann wo bist du da 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 nein nein nicht schlagen nicht schlagen nein nein man was soll das denn ich hab euch ja nichts getan hey stirb mike hallo mike nein 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 warum sterbe ich denn die ganze zeit und dann werde ich so ein survival games machen und dann einfach schlecht sein stirb 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 ja ich habe ihn gekillt ich habe sogar einen bogen gehabt nein ich habe ihn immer noch das ist ja great such great nein 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 ich werde ihn killen scheiße wer hat meine frasse ich habe schon wieder ach so wow i understand now now just now komm schon stirb hey habe ich einen gekillt ja ich bin ja ich habe ihn gekillt neuer rekord würde ich mal sagen so und etwa was ist das denn hier gut it's a zombie ein zombole ein zomdita bohle ein zomdita da ist einer da ist einer ach scheiße oh um beide reiz zwei dreiz da ist einer da ist einer es wäre eigentlich voll lustig wenn feile auch durch so ne spinnweben irgendwie verlangsamt werden würden ja 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 ich kann den villager nein 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 sie werden mich killen nein okay die stimme war gerade komisch oh ja vollkommen unnötig gerade egal okay vielleicht kriegen wir sogar noch einen villager ich bin so dumm kein kommentar bitte danke nein 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 mich kippt nein nein mich nicht man okay okay sind nur noch zwei villager von zehn das ist great okay wo sind sie wo sind die anderen die sterben da wurde schon haben wir gewonnen hoffentlich treffe ich mich irgendwann mal selber okay ich würde sagen zwei runden reichen damit würde ich sagen daumen wäre natürlich great und abonnieren nicht vergessen und damit würde ich sagen tschüss okay